Hallo und einen schönen guten Tag. Heute ist Ihr Glückstag. Ein guter Freund oder Bekannter von Ihnen hat Ihnen dieses Video geschickt. Vermutlich, weil er Ihnen zeigen möchte, wie er von zu Hause aus sein Einkommen verdoppelt. Es ist unglaublich, aber wahr. Sie haben einen festen Job, aber Ihr Einkommen reicht hinten und vorne nicht aus, Ihre Ausgaben zu decken? Dann sind Sie in bester Gesellschaft, denn es geht vielen, vielen Menschen ebenso wie Ihnen. Sie wollen mehr Freizeit, aber nicht noch mehr Stunden arbeiten oder Überstunden machen? Dann klicken Sie auf den Link, den Sie in dieser Mitteilung bekommen haben. Nach Eintrag auf der Startseite bekommen Sie ein Video, das Geldgrundprinzip Passiveinkommen. Anschließend das Webinar Zuhause Geld verdienen. Genial einfach, genial erklärt, ich bin dabei. Aber Vorsicht! Das Video und die Webinar Informationen sind nichts für Sie, wenn Sie nur zu den Jammerern gehören, die einfach nur mit allem unzufrieden sind, aber an Ihrem Leben nichts ändern wollen. Gehören Sie nicht zu diesem Personenkreis, dann klicken Sie jetzt auf den Juwelodge Link in der Mitteilung, die Sie eben bekommen haben. 2016 wird Ihr Jahr. Dafür alles Gute und viel Erfolg!